Worum geht es eigentlich in dem Roman Der Steppenwolf? Alles Wichtige zum Inhalt und den Charakteren des Werks erfährst du in unserem Video. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Der Steppenwolf ist ein Roman von Hermann Hesse aus dem Jahr 1927. Du kannst das Werk zeitlich in die Epoche der neuen Sachlichkeit einordnen. Allerdings finden sich im Buch auch Merkmale anderer Literaturströmungen. Im Steppenwolf geht es um einen Mann namens Harry Haller, der in einer Sinnkrise steckt, da er sich halb als Mensch und halb als Wolf fühlt. Einerseits sehnt er sich nach Ordnung und Disziplin, andererseits nach Wildheit und Abenteuern. Damit du die Handlung des Romans besser verstehst, stellen wir dir zunächst die wichtigsten Figuren aus dem Steppenwolf vor. Unser Hauptcharakter ist der knapp 50-jährige Harry Haller, der allein wohnt, seitdem ihn seine Frau verlassen hat. Er ist ein melancholischer Einzelgänger, der nur nachts sein Haus verlässt und im Wirtshaus raucht und trinkt. Außerdem ist Haller sehr gebildet und intelligent und ein großer Fan von Mozart und Goethe. Auf der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft lernt Haller drei neue Freunde kennen. Dazu gehört die Prostituierte Hermine. Sie hat einen lebensfrohen, offenen Charakter und will Haller zeigen, wie man das Leben genießt. Deshalb bringt sie ihm das Tanzen bei. Hermine hat eine Kollegin und Freundin namens Maria. Haller beschreibt sie als oberflächlich und ungebildet, lässt sich aber trotzdem auf eine Liebesbeziehung mit Maria ein. Als letztes gibt es noch den attraktiven und temperamentvollen Saxophonspieler Pablo. Mit ihm freundet sich Haller ebenfalls an, obwohl er ihn zunächst als ungebildet bezeichnet. Pablo ist außerdem der Inhaber des sogenannten Magischen Theaters. Das ist ein Ort, an dem Haller gemeinsam mit seinen neuen Freunden Drogen einnimmt und im Rausch vieles über sich selbst und sein Leben lernt. Super, jetzt kennst du die wichtigsten Figuren des Romans. Machen wir also gleich weiter mit dem Inhalt. Der Steppenwolf spielt in den 1920er Jahren in einer Stadt in der Schweiz, vermutlich Zürich oder Basel. Der Roman beginnt mit einem Vorwort des Neffen von Harry Hallers Vermieterin. Er hat einige Zeit im gleichen Haus gewohnt wie Haller und findet ihn etwas wunderlich. Haller ist ein einsamer Mensch, der viel raucht und trinkt und sich am liebsten mit seinen Büchern beschäftigt. Eines Tages verschwindet Haller spurlos und hinterlässt ein Manuskript, also einen Entwurf für ein Buch. Der Neffe von Hallers Vermieterin beschließt, das Manuskript zu veröffentlichen. Er wird also zum Herausgeber des Steppenwolfs. Für ihn bestätigen Hallers Aufzeichnungen den Eindruck, den er von Haller hatte. Gebildet und intellektuell, aber irgendwie verloren und einsam. Der restliche Teil des Romans besteht aus dem Manuskript, von dem der Herausgeber am Vorwort spricht. Hier erfährst du vieles über Harry Hallers momentane Lebenssituation. Sein Dasein empfindet er als trostlos. Er ist ständig allein und fühlt sich nirgends zugehörig. Haller sucht Zuflucht in der Literatur und der Musik und er ist ein großer Bewunderer von Goethe und Mozart. Im Gegenzug hasst er moderne Unterhaltung wie zum Beispiel Tanzveranstaltungen und Jazzmusik. Eines Abends läuft Haller durch die Stadt und entdeckt an einem Haus eine seltsame leuchtende Werbung. Magisches Theater. Eintritt nicht für jedermann. Nur für Verrückte, steht da geschrieben. Noch bevor Haller die Worte versteht, verschwindet die Anzeige. Wenig später drückt jemand auf der Straße Haller ein kleines Buch in die Hand. Es trägt den Titel Traktat vom Steppenwolf. Wieder zu Hause in seiner Wohnung fängt Haller an, das Buch zu lesen. Es handelt von einem Mann namens Harry, der sich selbst als Steppenwolf bezeichnet. Denn er fühlt sich halb als Mensch und halb als Wolf. Seine beiden Seelenteile stehen immer miteinander im Konflikt. Er sehnt sich nach der Ordnung der bürgerlichen Welt, aber andererseits auch danach, seinen Trieben und Instinkten zu folgen. Das Traktat schlägt verschiedene Lösungsmöglichkeiten vor, wie Harry den Konflikt bewältigen kann. Er könnte Selbstmord begehen, der im Traktat als eine Art Notausgang beschrieben wird, der Harry immer offen steht. Andererseits könnte er aber auch sein Anderssein akzeptieren und das Ganze mit Humor nehmen. Perfekt, jetzt weißt du schon einiges über den Steppenwolf. Aber was hat es mit dem rätselhaften Traktat auf sich? Wie die Geschichte endet und wie du das Werk interpretieren kannst, erfährst du im nächsten Video. Also bleib dran!